Hallo zusammen, wir möchten euch heute einen Tipp geben zum Video von Karl von gestern. Das Lied könnt ihr vielleicht jetzt etwas besser erwarten, vielleicht auch nicht. Das ist eine Mottflöte, das ist die Luca mit einem E-Piano und wir spielen euch etwas vor. Los geht's! Das ist gut, Leute!